Musik Jo, servus und willkommen hier in meiner kleinen Glimmbau Steinecke. Wir machen weiter mit unserer Modular Sammlung Teil 4. Ja, es werden gefühlt täglich mehr und ich habe ja im Teil 2 schon mal angemerkt, dass bis zum Ende des Jahres zwischen 50 und 60 neue Modulars auf uns zukommen werden. Haben wir noch nicht ganz erreicht? Wir sind in etwa, wenn dieses Video abgedreht ist, bei 45 neuen Modulars. Ein paar fehlen noch, um meine Prognose zu bewahrheiten. Fangen wir an, schauen wir uns das erste Modular der neuen Generation an. Ich bin gespannt. Den Anfang macht Dingau mit 3.250 Teilen. Kommt ihr The Post Office daher? Ob es sich jetzt hierbei um einen unlizenzierten Mock handelt, kann ich leider nicht beantworten. Habe ich nichts drüber gefunden. Aber so im Großen und Ganzen finde ich dieses Häuschen sehr, sehr hübsch und gelungen. Und ja, kann man sich drauf freuen. Corner Hotel ebenfalls von Dingau mit 3.280 Teilen. Ein Eckgebäude, mal wieder. Es gibt ja wahnsinnig viele Eckgebäude. Aber mal ehrlich, am geilsten wirken Gebäude doch sowieso übers Eck. Auch wenn sie in einer Street View, ja wenn da zu viele Ecken drin sind, zu viele Eckgebäude, dann sieht das Ganze unglücklich aus. Für sich allein gestellt kommt ein Eckgebäude immer wahnsinnig gut rüber. Auch dieses Häuschen gefällt mir sehr gut. Es ist ein bisschen verspielt, ein bisschen verschnörkselt. Geht ein bisschen so in Richtung Mittelalter. Ist aber kein Mittelaltergebäude. Es ist, ja, es ist hübsch. Es ist sehr, sehr hübsch. Bakery and Barbershop von Dingau mit 3.968 Teilen. Naja, ganz ehrlich, eine Bäckerei und einen Friseurladen gibt es zuhauf innerhalb des Reviews und der einzelnen Modulas. Wäre jetzt nicht nötig gewesen. Und auch so spricht mich jetzt dieses Häuschen jetzt nicht wirklich an. Naja, gut. Geschenkt würde ich es nehmen. Police Department. Ich habe euch ja in einem der vorgehenden Videos schon ein Police Department vorgestellt. Ebenfalls von Bildmock. Hier in einer größeren Variante. Wir sprechen hier von 4.918 Teilen. Herausgebracht von Bildmock und designed bei Stefano Mapelli. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Psycho House mit 2.186 Teilen. Erschien das Ganze bei Bildmock und wurde gemobst von MKIBS oder MKIBS. Keine Ahnung, wie man ausspricht. Ein unlizenzierter Mock, der in China erschienen ist und nachempfunden wohl dem Film Psycho oder so. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe keine Ahnung. Es soll so eine Art Psycho, Psychiatrie, keine Ahnung. Je nach Seite und Anbieter wird das Häuschen hier ein bisschen anders betitelt. Aber ja, ich finde es wirklich gelungen. Einfach so in einer Street View. Wobei dieses Häuschen, so wie es da steht, aus so einer amerikanischen Kleinstadt, als Einzelgebäude auch ziemlich gut rüberkommt. Medieval Church mit 2.085 Teilen. Gemobst von Bildmock. Ein unlizenzierter Mock, der bereits erschienen ist. Designed bei Tavernelos. Gefällt mir ganz gut, auch wenn es jetzt nicht wirklich in eine Street View passt. Weil die Base Plate hier, so wie es aussieht, gebaut wurde und mindestens einen Brick und eine Plate Höhe hat. Macht ja nichts, ne? Findliche Bauer schnappen sich eine ganz normale, standardmäßige 32 auf 32 Base Plate und bauen da diese Kirche auf. Ich finde sie absolut gelungen. Das Ding ist hammer und gefällt mir sehr gut. Es ist auch nicht zu übertrieben und zu gigantisch, wie so manche andere Kirche. Wobei Kirchen so im 21.000 Teile Bereich natürlich auch geil ausschauen. Modular House mit 1622 Teilen. Gemobst von Bildmock und Designed bei Gebbison. Ein Haus in dieser Optik gab es ähnlich schon einmal. Ob es jetzt auch von Gebbison war, kann ich jetzt nicht beantworten. Hierbei handelt es sich jetzt natürlich um ein halbes Modular, also 16 breit. Zwei von diesen Häusern ergeben ein ganzes, aber es gibt ja genug 16, wie soll ich sagen, 16 noppenbreite Modulars, um gegebenenfalls ein ganzes draus bauen zu können. Oder so eine Street View aus lauter halben Modulars hat doch auch was. Warum nicht, ne? Warum nicht? The Hounded Manor. Ein hammergeiles Teil. Also dieses Dingens hier hat mich schon vom Hocker gehauen. Auch vorne der Wintergarten. Hammergeil gelungen. Gefällt mir wahnsinnig gut. 3.966 Teile. Warten hier auf den Erbauer. Gemobst wurde das Ganze von Bildmock. Und Designed bei SeaRedMan. Wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Modular German Train Station. Ein Modular mit 3.619 Teilen. Hierbei handelt es sich um einen Mock, der nicht stibitzt wurde, sondern der Designer Neo Sephiroth, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe, versucht momentan oder ist in Verhandlung mit einer deutschen Firma, welche genau wollte er jetzt nicht sagen. Er ließ nur anmerken, dass es weder Blue Bricks noch Mod Bricks ist. Ja, da sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und einen Bahnhof in Modular Style gab es bisher noch nicht. Zumindest wüsste ich es nicht. Und auch so gefällt mir das ganze Dingens hier wahnsinnig gut. Es ist ein deutscher Bahnhof. Ob das Ganze jetzt an irgendeinem deutschen Bahnhof, der real existiert, nachempfunden wurde, kann ich leider nicht beantworten. Ich weiß nur, ich finde das Dingens Hammer. Und innerhalb einer Street View kommt es mit Sicherheit wahnsinnig gut. Gut, die Music Store von Happy Build mit 3005 Teilen. Designer konnte ich jetzt kein ausfindig machen, darum gab ich jetzt hier Happy Build an. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Eigenentwurf. Happy Build hat ja auch schon das eine oder andere Modular auf den Markt geschmissen, was kein gemopstes Set war. Also sie kreieren die wirklich selber, was schon mal positiv ist. So ein Happy Build verwendet meines Wissens nach ebenfalls Go-Bricks-Steine. Brick Train Station von Kasi mit 2.942 Teilen. Ja, im Großen und Ganzen ist das Dingens hier natürlich im Asia-Style. Und ich habe ja gesagt, ich lasse die Asia-Häuser draußen. Aber es verhält sich hier genauso wie mit dem Lucky Hot Pot von Key Play. Es sieht wahnsinnig gut aus, hat mir sehr gut gefallen, darum habe ich es mit aufgenommen. Und ein Modular, durch das ein Zug fährt, ist ja sowieso der Hammer. Diese Verbindung Modular und Eisenbahn, grandios, einfach nur grandios. Darum habe ich es hier mit in die Reihe aufgenommen. Ja, mir würde das Dingens hier taugen. Forest Wheeler von Hentai. Ja, der Name ist ein bisschen unglücklich gelöst oder unglücklich gewählt. Gut, vielleicht heißt das in Asien irgendwas anderes und für die ist das normal. Wir verbinden es gerne mit Hentai. Aber das hat jetzt hier, ja, tut jetzt nichts zur Sache. Das Ganze hier hat 3.095 Teile. Ist ein wahnsinnig geiles Ding. Im Grunde kein Modular in dem Sinne. Aber es passt so wahnsinnig gut zum Podentical Garden. Darum habe ich es hier mit aufgenommen, so neben den Podentical Garden gestellt. Das muss eine Schau. Das Dingens hier hat unser Blogs da schon mal vorgestellt. Und ich war da schon wahnsinnig begeistert von. Schaut euch das an, so ein Glaspalast in rund. Hammer, einfach nur Hammer. Urban Corner oder auch Starbucks Kaffee genannt. Was der Name jetzt im Einzelnen, oder welcher Name im Einzelnen richtig ist. Konnte ich jetzt nicht ausfindig machen. Je nach Anbieter, Hersteller und Verkäufer. Wurde ein anderer Name angegeben. Wir reden hier von 3.480 Teilen. Erschien das Ganze hier von der Firma Xipu. Die mir halt überhaupt nichts sagt. Xipu kenne ich nicht. Habe ich auch noch nie gebaut. Was sie für Steine verwenden, ich weiß es nicht. Und ob es sich hierbei um den gemopsten Mock handelt, kann ich auch nicht sagen. Ich habe nichts dergleichen gefunden. Es sieht schon ein bisschen überladen aus. Aber trotzdem hat es was. Wobei es genug Cafés und auch Starbucks gibt mittlerweile innerhalb der Modular-Reihe. Die um einiges stimmiger sind. Die um einiges stimmiger rüberkommen als dieses Ding hier. Das erinnert mich ein bisschen an. Ja, ich weiß nicht. Wie soll ich sagen. Wie wenn es ein Fünfjähriger zusammen geschustert hätte. Nur hat man ihm nicht so viele Farben gegeben. Also farblich ist das Ganze hier ziemlich stimmig umgesetzt. Aber so im Großen und Ganzen ist es mir einfach zu unruhig. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber vielleicht schaut es in Natura wirklich geil aus. Wer weiß das schon. Milk Tea Shop von Sü oder SY oder wie auch immer. Eine Unterkategorie von Sembo. Mit 1721 Teilen. Das Ganze hier ist ein reiner Glaspalast. Das heißt, das ganze Gebäude hat keinerlei Mauern. Sondern nur Trans-Clear-Panelen. Und ja, es sieht irgendwie Hammer aus. Irgendwie gefällt es mir. Es soll wohl einen Trinkbecher darstellen. Bei dem oben ein Strohhalm rausschaut. So in der Art stelle ich es mir vor. Ob es jetzt da so ein Bubble-Tea-Laden ist. So, dass ich habe da keine Ahnung von. In Asien gibt es anscheinend wahnsinnig viele Teehäuser. Ich kann damit wenig anfangen. Denn da ich ja nur Hopfentee zu mir nehme, brauche ich keine Teehäuser. Der Pet Shop von Johann K. Ob ich jetzt den Namen richtig ausspreche. Sei mal dahingestellt. Johann K. Ist eine übergeordnete, untergeordnete, Schwester, Tochter, Nebengesellschaft von G-Star. So genau weiß ich es nicht. Das Modular hier kommt mit 1082 Teilen daher. Pet Shops gab es jetzt auch schon den einen oder anderen. Das Ganze hier ist jetzt ein bisschen ausladender. Ein bisschen verspielter. Ein bisschen verschnörselter. Es wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus dem Pet Shop von Lego und dem American Diner. Also zumindest so die Schaufenster und so weiter. Ja, aber es ist nicht schlecht. Es gefällt mir. Es könnte auch ein Mock sein vom Diner. Wenn wir uns das hier so anschauen. Aber so genau weiß ich es nicht. Zongua Bookstore von Johann K. Ei, 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 ich komme schon total durcheinander. Dieses asiatische Gedönster auszusprechen ist einfach nichts für meine fränkische Zunge. Wir reden hier von 2353 Teilen. Ein Modular, welches dieses Mal nicht ganz so hoch ist wie alle anderen, aber eine hübsche Bücherei darstellt. Zwei-Stöckig, wobei es von unten auf den ersten Blick eher wie ein Kaufhaus wirkt. Aber mag ich nur so empfinden. Vielleicht schauen in Asien die Büchereien einfach so aus. Das Restaurant von Xingbao mit 3200 Teilen. Ein Eckgebäude, überwiegend in verschiedenen Blautönen gehalten. Und hier dieses Mal mit neun Xingbao-Figuren. Und zwar sind hier ebenfalls, also hier sind Männer mit vertreten. Also wie soll ich sagen, Figuren ohne Röcke. Bei den bisherigen Xingbao-Figuren, bei den Asia-Häusern und so weiter, die vor kurzem erschienen sind, waren ja immer nur Figuren dabei, die irgendwelche, ja, wie nennt man die Dinger? Kimono oder so, die so rockartige Bekleidung an hatten. Ob jetzt nur Männer oder Frauen, die waren alle, die hatten keine Beine. Also Beine hatten sie schon, aber keine, die man gesehen hätte. Und hier das erste Mal richtige Beinkleider, also richtige Hosen und so weiter. Und nicht nur Röcke. Da bin ich mal gespannt auf die Qualität dieser Figuren. Optisch erinnern sie natürlich stark an Friends. Ob es sich hierbei wirklich um abgewandelte Friends-Figuren handelt, werden wir sehen. Ansonsten kann man gespannt sein auf dieses Häuschen. Der Blumenladen von Xingbao mit 3310 Teilen. Auch dieses Modular ist noch nicht erschienen, sondern wurde angekündigt und sieht auf den ersten Blick ziemlich interessant aus. Mit diesen verschiedenen Höhen und Abschrägungen und so weiter. Auch hier haben wir Minifiguren mit bei. Warum jetzt vor dem Blumenladen ein Brautpaar steht, will sich mir jetzt nicht ganz erschließen. Wahrscheinlich ist es nach der Trauung. Es ist auch ein Fotograf dabei. Ob die Figuren überhaupt Sinn machen, werden wir erst wissen. Wenn wir die Simmodulars in Händen halten. Das Lebensmittelgeschäft von Xingbao mit 4215 Teilen. Ebenfalls wieder ein Eckgebäude. Und zwar dieses Mal ein ziemlich globiger Kasten. Der aber hochinteressant ausschaut. Unten die Geschäfte alle in knallbunt. Während dann oben die Wohnräume, gehe ich jetzt mal davon aus, alle schlicht und einfach gehalten wurden. Aber trotzdem was hermachen. Es gefällt mir sehr gut. Und die Einfachheit der Form macht das Ganze halt dann schon wieder realer. Die Figuren, naja, das werden wir sehen, wird sich herausstellen. Ansonsten haben wir hier noch einen Brunnen und ein paar Briefkästen und ein wenig so Geschnörxel. Was halt so in einer Stadt rumsteht. Ich glaube, das Dingens hier wird ganz interessant. Der Spielzeugladen von Xingbao mit 3333 Teilen. Oben sehen wir das Schild Happy Baby. Ob es sich jetzt hierbei um ein Babygeschäft handelt oder wirklich nur um ein Spielzeugladen. Es kann auch sein, dass nur der rechte, rosa, untere Laden ein Spielzeugladen ist. Weil da Dollshop steht und das linke ist was anderes. Werden wir alle sehen, wenn das Dingens hier auf dem Markt erschienen ist. Und der eine oder andere es in die Finger bekam. So wie ich das jetzt hier interpretiere, würde ich jetzt mal behaupten, und es handelt sich hierbei um zwei halbe Modulars, die zusammengefügt wurden. Ob dem so ist und ob man dieses Modular in der Mitte trennen kann, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber so rein optisch, da sich diese beiden Hälften nicht gleichen und auch irgendwie so wirken, als würden sie nicht zusammengehören, gefällt mir das Ganze doch irgendwie sehr, sehr gut. Gut, das Kaluo Hotel von Tsegao, ein wirklich gelungenes Häuschen. Auch wenn mir jetzt die Seite nicht so gefallen will, es wirkt so, als wäre es nicht fertiggestellt. Ob das Ganze hier jetzt irgendwie einem asiatischen Gebäude, einem asiatischen Hotel nachempfunden wurde, kann ich nicht beantworten. Aber ich finde es rein optisch wirklich gut. Und wie gesagt, die eine Seite gefällt mir nicht, die erinnert ein bisschen an so Fragmente aus Minecraft oder wenn ein Kind einfach nicht mehr wusste, wie es weiterbauen soll. Da hinten so angedeutetes Wasser und Mauerreste. Und na, gefällt mir nicht, wie das dann in eine Street View einzubauen wäre, mit diesem komischen Vorsprung. Ja, das bleibt auch nur ein Rätsel. Und sei mal dahingestellt, werden wir alle sehen, wenn es soweit ist, das Ganze hier hat 2099 Teile und kommt wohl überwiegend in Tan-Farben daher. Ich bin gespannt. Zu guter Letzt wurde von Tsegao eine ganze Street View-Reihe angekündigt. Im Grunde wurden zwei angekündigt. Nur die zweite besteht aus Häuschen, die ein bisschen kleiner sind als standardmäßige Modulars und alle auf Plate stehen statt auf einer Base Plate. Hinten sind sie offen zum besseren Bespielen. Die habe ich ja sowieso nicht in diese Reihe hier mit aufgenommen. Die vier Häuschen, die ihr jetzt hier sehen könnt, sind allerdings standardmäßige Modulars in standardmäßiger Modulargröße. Also die Nummern QL0926 bis 0929. Also vier Modulars des QL0927 habe ich euch soeben vorgestellt. QL0926 ist ein geklauter Mock, der schon bei anderen Herstellern erschienen ist und in der Zwischenzeit erhältlich. Keine Ahnung, von Rael und was weiß ich, wer das alles rausgebracht hat. QL0929 und QL0928 sind zwei Modulars, über die konnte ich einfach nichts herausfinden. Sie gibt es noch nicht. Sie sind auch noch nirgends angekündigt, außer jetzt hier auf diesem Vorschaubild. Aber Teileanzahl und so weiter und so fort, was es denn sein soll, nichts. Ich habe nichts darüber gefunden, aber es soll noch dieses Jahr erscheinen. Wenn es soweit ist, werdet ihr es erfahren, und zwar hier auf meinem Kanal, spätestens im Modular-Video Teil 5. Kurz vor Fertigstellung dieses Videos erreichte uns die Botschaft, Lego bringt ein neues Modular auf den Markt. Ja, so wie jedes Jahr eben. Erscheinen soll das Ganze im Januar 2021. Wir haben hier eine Polizeistation, Police Station, mit 2.923 Teilen. Ja, jetzt hat man jahrelang keine einzige Polizeistation und in der Zwischenzeit sind wir schon bei 4 angekommen. Eins von Blue Bricks, zwei geklaute Mox, die bei Bildmocker erschienen sind und nun die Nummer 4 von Lego. Hammerhart, ist ganz schön kriminell, die Glembau-Steinstadt, dass man so viele Polizisten und so viel Polizei braucht. Wie dem auch sei, im Großen und Ganzen finde ich dieses Modular sehr, sehr gelungen. Es ist optisch, also nur optisch gesehen, mehr Informationen haben wir ja noch nicht, aber nur rein optisch hier auf diesem Foto muss ich sagen, ist es eins der besten Modulars der letzten Jahre. Da hat Lego mal wieder einen draufgelegt. Finde ich super. Lego kommt wieder zurück, zumindest designtechnisch, zu ihren alten Wurzeln und zeigt hier, was sie eigentlich drauf haben und was sie können, die denn. Wird mal wieder Zeit. Wir haben, wenn ich das so richtig interpretiere, in der Mitte eine Polizeistation, links einen kleinen Donutladen, natürlich so eine Anspielung an die amerikanische Polizei und rechts, wenn ich das so richtig sehe, dann ist das hier so ein kleiner Zeitungskiosk. Ein paar Minifiguren dabei, das Ganze schön in 10 und Dark 10 gehalten. Hammer, gefällt mir, gefällt mir. Inklusive der beiden noch nicht erschienenen Modulars von Segao, über die mir keine Infos vorliegen, sind wir nun in diesem Video bei 24 Modulars angekommen, die in China erschienen sind. Tendenz steigend. Mit Sicherheit habe ich es eine oder andere vergessen und übersehen, wobei ich mir schon wahnsinnig viel Mühe gebe, dass dem eben nicht so ist und dass mir das nicht passiert. Aber langsam, aber sicher verliere ich den Überblick. Wir sind jetzt bei Summa Summarum 155 Modulars. Ich werde es hier irgendwo einblenden. Ich habe jetzt nicht mehr so im Kopf, wie viele Modulars wir insgesamt schon gemacht haben. Wir waren bei ungefähr 130 und jetzt hier 23. Ja, 153 plus, minus, keine Ahnung. Es ist eine schier unüberschaubare Masse an Modulars. Über 150 Stück bis zum heutigen Tag. Und das Jahr ist ja auch nur nicht vorbei. Schauen wir mal, was bis zum Ende des Jahres noch auf uns zukommt. Ich denke mal zum Weihnachtsgeschäft und so weiter. Wenn die Chinesen noch das eine oder andere Modular rausballern, für mich natürlich die Gelegenheit, den Teil 5 zu drehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben, tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusler bis zum nächsten Mal. Eierdorschen und baut was Schönes. Eierdorschen und baut was Schönes.